Was geht ab meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer weiteren Spannenden Folge Rise and Shine. Wir sind in der letzten Folge stehen geblieben, dass wir hier das Rätsel irgendwie knacken müssen. Ich frage mich aber, wie wir das großartig machen sollen. Mal schießen mal zu dem Meer rüber. Hmm. Ich habe leider keinen Plan. Was es damit auf sich hat. Können wir von der Seite irgendwie rumspringen oder sowas? Ne, ne? Ne. Das geht anscheinend auch nicht. Hoppala. Ah, warte mal. Na, ha, 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 super gut. So muss das. So, jetzt können wir ganz bestimmt. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Na, so läuft das doch. Genau so stelle ich mir das vor. Es ist ja natürlich auch keine schweren Rezepte jetzt. Also, ist ja nicht so, dass es hier Ewigkeiten gebraucht hat. Uh, es sieht auch schön aus. Scheint ein ruhiger Inst zu sein. Es sind bis jetzt noch keinerlei Gegner gekommen. Ah, hier kommt schon was, oder? Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Nein. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Auf jeden Fall, äh, ein Display, wo ich sehr viel fluche. Geht an Deckung, Junge. Was für deine? Oh, Gott sei Dank. Okay, super. Äh, hier kommt noch ein Rätsel. Puh. Ah, was mach ich denn? Schöner geht's nicht, ne? Fuck. Nein. Er kommt mir auf. Weiter kann ich nicht. Ich müsste vielleicht irgendwas da dran heften. Warte mal. Oder so. Das ist zu idyllisch. Zu ruhig. Zu viele Rätsel. Zu wenig Action. Das heißt. Das sieht ganz ehrlich. Das sieht richtig toll aus. Oh ne Mist. Wahnsinn. Wunderschön. Oh, was ist denn hier los? Bist du ein Gegner? Oh, hi. Was machst du denn hier draußen? Du stammst nicht von hier in der Insel oder? Ich komme aus der Hauptstadt. Der ganze Planet wird von den Weltraumgrundsern angegriffen. Sieht ziemlich schlimm aus. Lust auf ein Spiel? Bei dem ihr Turntauben abschießen müsst. Ihr könnt ziemlich nützliche Preise gewinnen. Klar. Vielleicht später. Haha. Natürlich werden wir das machen. Viel Glück. Okay. Oh, oh, oh. Oh. Ah. Alles klar. Wir kriegen einen Minuspunkt da. Fuck. Oh man, sind wir schlecht. Das war ganz geil. Klar unbedingt. Das war ganz geil. 3, 2, 1, go. Mein Gott. 4, 2, 1, go. Genau. Ich will jetzt einen Preis haben. Okay. Wir machen jetzt einen Versuch noch. Ah, okay. Gut. Komm, wir machen noch. Einmal einen Versuch. Ja, Mann. Komm, eins machen wir noch zusammen. Ist ganz geil. Wir machen das. Ja, Mann. Wir machen das. Wir machen das. Es ist die einzige. Wir machen das nicht so, was wir machen. Es wird dann eine, die Öffnung nehmen sehen. Ja, Mann. Wollen wir machen das nicht. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Es wird dann ein Signal. Nein! Sich verarschen. Shit! Gut, nein. Ah nein, jetzt hab ich ja gleich! Irgendwo hoch! ... Was ist das? geht's doch gar nicht schade also jetzt haben trotzdem unseren fucking preis sein punkt eine kugel mehr sehr geil hier im dorf sehr schön hallo hey hätte nicht gedacht dass leute mit einem lenken lenker herkommen wir versuchen eine zündkerze für unser schiff wissen sie wo wir eine finden können das ist mir vollkommen egal du musst ja erst mein best basketballspiel gewinnen wenn du dieses zündkerze willst also wie sieht es aus unglaublich na gut fangen wir an gute war friedlich sagt die nice das muss ich jetzt machen nein nein Achso! Na mal. Das ist jetzt die Bescheiße. Jetzt geht er mal rein. Achso! Achso! Scheiße! Fuck! Und dann müssen wir 21 treffen! 3, 2, 1, GO! Nein! Ja! Ja! Wie soll man denn das machen? Ja! Ja! Ey! Der war drin! 21! Der war doch drin! Verdammt! Alter! Der war doch fucking drin! Das gibt's doch gar nicht! Ja! 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 Ey! Das ist wohl vorhin mega knapp! Ja! das war mega mega knapp alter schwede ist das krass Mensch das kann doch nicht wahr sein tut mir leid ich kann mich das abbrechen wieso pflückt ihr denn es ist vor allen Dingen auch so beschissen ey na jetzt war es schon besser große fresse oh ist das dein Ernst jawohl ok oh ich dreh durch alter das kann ey sorry das tut mir mega leid ey man geht das dann einfach weiter oh DECK man 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 fischig scheiße ist die Folge vergeudet ey verdammt da geht auch nicht mal rein jetzt da geht's ich kann im der Okay, gut jetzt, ja gut jetzt, weil ich habe gedacht, er sagt noch was, aber nein, schnauze jetzt, so, deswegen mache ich ein bisschen länger die Folge, nice, hab ich die Zündkatze, klasse, wir haben die Zündkatze, die wir brauchen, sehr schön, wer ist denn das, hey da, heute ist wirklich mein Glückstag, weil wir zufällig, dass ich ein merkwürdiges Spielspieler, um tolle Preise zu gewinnen, komm schon, du willst wirklich spielen, oder, 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 Ja, oder, klar, viel Glück, machen wir die Minispiel-Völker wieder, hey, was ist denn jetzt? Ach so Ich dachte jetzt, es wird übrigens easy, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass es easy wird Nein, ich glaube, ich kann Loslassen, oder, ne Ach man, dumm 3, 2, 1, go Wow, das ist so ätzend, alter Ich weiß nicht mehr, wohin 3, 2, 1, go Müsst du irgendwie Weil manche werden schneller Ach nein, ich hatte so eine gute Taktik gerade, ich hatte so eine göttliche Taktik 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go Oh, 25 Sekunden, 5 Sekunden noch, oh Gott 3, 2, 1, go Das wird jetzt eine easy Mission, oh nein Ach Gott, ich raste gleich aus, das sehe ich da nicht nochmal, muss ich denn die gewinnen, ne, ich glaube nicht, ich probier's mal aus, ob ich gewinnen muss oder nicht Kann ich mir gar nicht vorstellen Kann ich mir gar nicht vorstellen Das ist das ich nicht benutzen kann, ich will mal mit Steuerkreuz nach unten tippen 2, 1, go Letzt du meine Taktik Sollten wir dem Käpt'n melden, dass wir eine Zyp-Kerze gefunden haben? Klar, unbedingt. Käpt'n, gute Nachrichten. Wir haben eine funktionierende Zyp-Kerze gefunden. Sie können uns dann abholen, wenn sie soweit sind. Gut gemacht. Ich mach mich gleich auf den Weg. Und, Ross? Ja? Mach dich bereit. In Objective City erwartet dich der Kampf deines Lebens. Ich schätze, die Weltraumkunstler werden dich mit Liebe überstürzen. Und wie soll ich mich bitte dafür bereit machen? Naja, ich bin zwar der Hochbegabte von uns beiden, aber wir haben uns bisher nicht so schlecht geschlagen, oder? Sehr gut, das heißt dann anscheinend, dass das Spiel auch schon da bald vorbei ist. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie lange ging das Spiel dann? Vier Stunden? Na gut, ja, bei Indizierte könnte das gut möglich sein. Und es leid, und es leid, und es leid. Lade, 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 lade. Lade, 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 lade also wirklich okay versteckt sich im turm unser schicksal hängt jetzt vom skill unsere lenken ab es geht los sie sind da die uhr geht auch ganz schön ab gut meine damen und herren wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis dann